Antenne Vorarlberg Hi ich bin Vorarlberg Reporter David Kieber Ich melde mich aus Schopenhau aus dem Bregenzer Wald Bernhard Manser, ihr habt ja heute ein Jubiläum Ja wir feiern heute 10 Jahre Funkenzum auf Schopenhau und wir machen heute auch einen speziellen Funken für Diener Genau und zwar steht das Modell schon hinter uns das ist eine riesige Hexe Ihr bekommt das bewerkstelligt Wir erzählen uns auch, was das auch gut gemacht hat wo das Modell gemacht hat und wir machen das das Modell da Es gibt sicher auch eine Aufgabe eine Herausforderung für das Modell aber bis am Sonntag ist das ja auch gut gemacht Wie viele Leute haben da? Wie viele helfen zusammen? Also wir sind in der Funkenzunft ca. 30 Leute davon sind also 6-7 Frauen die für das Ding zum Funkenfest helfen, Funkenküchchen machen und Getränke ausschenken und dann haben wir noch Jugendliche also 4-5 dabei und der Rest sind wahnsinnige Leute Und dann gibt es am Sonntagabend die riesen Hexe da in Schopenhau Haben ihr auch eine Funkenhexe? Ja selbstverständlich weil dem kommt gleich eine Funkenhexe rein weil einem Funken ohne eine Hexe ist einfach kein Funken das geht einfach eine Hexe rein die muss so schnell dann krachen sonst tut das nicht recht und wenn es nicht ankommt dann muss man sich ja vergraben und wenn kein Hexe da ist, kann man auch keine Hexe vergraben Jetzt haben wir ja noch boterstarke Winde am Wochenende haben da Angst, dass es euch nach 10 fügt? Nein, das hoffen wir nicht wir machen das ist ja dann, wenn es auch nicht umfällt und am Sonntag hat auch das Wetterberuhigung und dann zünden wir den Funken am Sonntag auch und dann denke ich, dass das gut klappt in Schopenhau läuft das sowieso nicht sowas wie am Brandartalien Ganz ein besonderer Funken steht dieses Jahr in Schopenhau 10 Jahre Funkenzumpf es wird ein riesen Hexenkopf aufgestellt und auf den Hexenkopf kommt dann natürlich auch noch eine Hexe Antenne Vorarlberg